Hardware-Wallets werden nicht verboten, wie einige Kryptomedien berichteten. Hey, willkommen bei der Krypto-Eule. Hardware-Wallets werden verboten, das waren die Meldungen am Freitag. Und alle haben gesagt, was, die werden verboten, wie ist das denn? Und dazu gibt es natürlich einen ausführlichen Bericht. Ich kann nur empfehlen, Patrick Hansen hat da sehr viel gepostet. Ich habe mal die wichtigsten Punkte niedergeschrieben und kann nur sagen, es gibt kein Self-Hosted-Wallet-Verbot. So wie bereits andere Medien geschrieben haben. So ist es nicht. Schauen wir uns an, was am Freitag passiert ist. Und zwar stimmte das EU-Parlament für eine Bargeld-Obergrenze und dazu kamen viele Details. Und zwar die Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro. Und diese Bargeld-Obergrenze ist für Nutzer, die man kennt. Also KYC, sprich mit Ausweis einkaufen. Wenn man aber jetzt anonym einkaufen möchte, dann ist diese Bargeld-Obergrenze, also wenn man sagt, ich möchte meinen Ausweis nicht hinlegen oder euch meine Kontaktdaten geben, dann ist es so, dass du nur noch 3.000 Euro Bargeld-Obergrenze hast. Ja, das ist nicht schön zu hören. Und schauen wir weiter, was hier sonst noch ist. Und zwar diese 10.000 Euro in bar bezahlen wollen. Das ist die maximale Obergrenze für Käufer, die sich hier ausweisen. Ganz wichtig. Wenn man das anonym macht, dann sind es 3.000 Euro. Und hier sind schon die Obergrenzen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich und Spanien, hat schon die Obergrenze von 1.000 Euro. Und Belgien und Niederlande auch schon 3.000 Euro. Und das mit Ausweis. Wichtig aber ist hier, wenn man zum Beispiel ein Gebrauchtwagen kauft, also von Privat zu Privat, dann gibt es hier natürlich keine Bargeld-Obergrenze, weil, ja, das ist ausgeschlossen, also Privat, Peer-to-Peer, so wie es ja auch bei Krypto ist, wenn ich jetzt dir etwas sende auf deinen Wallet, dann ist es ja auch eine private Zahlung. Das heißt also, ich kann sogar privaten Auto in Bitcoin verkaufen. Wenn die andere Person das annimmt und der andere auch die Bitcoin hat, also dann kann man auch sogar Privatkäufe in Bitcoin oder Krypto-Transaktionen machen, also Peer-to-Peer und da hört ihr schon, in welche Richtung das geht. Also von Privat zu Privat ist hier natürlich ausgeschlossen. Wichtige Information zu dem Ganzen und zwar, das Land kann selber die Bargeld-Obergrenze bestimmen. Das heißt also, in der EU gilt diese Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro. Aber jedes Land kann selber bestimmen, wie jetzt hier Frankreich, Spanien mit 1.000 Euro, Belgien und Niederlande mit 3.000 Euro, wo das schon jetzt aktuell da ist. Also das kommt nicht erst, so wie dieses ganze Gesetz hier in drei Jahren, sondern das ist jetzt schon da. Und wenn Deutschland am Ende sagt, nö, wir wollen eine 5.000 Euro Bargeld-Obergrenze, dann ist die auch in Kraft. Also dann ist das Ganze hier auch. Also das ist wichtig. Dann hier der Aspekt Kryptosektor und zwar, künftig müssen auch Anbieter von Kryptowährungen ihre Kunden umfassend kontrollieren. Gut, das haben wir uns gedacht, ist ja auch ein Mika reguliert, so wie es bei Banken bereits üblich ist. Also Transaktionen von 1.000 Euro und mehr müssen in Zukunft geprüft werden. Und genau da sind wir an dem Punkt. Und zwar Transaktionen, die über einen Wert von 1.000 Euro liegen, die müssen in Zukunft geprüft werden und nachgewiesen werden und da natürlich KYC gemacht werden. Und wenn man dann zum Beispiel größere Transaktionen macht, wir kennen das zum Beispiel schon von Börsen wie Bitpanda, wenn man da eine größere Kryptoeinzahlung macht, wie zum Beispiel 5.000 Dollar in irgendeine Kryptowährung, die zahlt man bei Bitpanda ein, dann kann es sein, dass Bitpanda diese Transaktion erstmal stilllegt. Also das heißt, das Geld ist zwar angekommen, aber du kannst mit dem nichts machen, weil die müssen aufgrund von ihrer Richtlinien auch erstmal das Ganze prüfen. Thema Geldwäschegesetz und so weiter. Das heißt, du musst nachweisen, was hier mit dem Geld vorher gemacht ist. Wo kommt das her? Wo hast du es gekauft? Und so weiter. Kannst du die Transaktionen nachlegen? Zum Beispiel, ich habe die auf einer Dex gekauft oder ich habe die bei einem Private Sale gekauft. Kannst du das Ganze nachweisen und sie haben das Ganze geprüft und sagen, ja, stimmt, Transaktionen, alles richtig. Und dann wird das Geld wieder freigegeben. Und so wird es zukünftig überall sein, bei allen Börsen, die Mika-konform sind, sprich auch KYC haben. Jetzt denkt man vielleicht, oh Gott, jetzt hat der mir jahrelang hier Maxi empfohlen und die haben ja gar keine KYC-Pflicht. Da sind die ja nicht Mika-konform. Unterm Strich, letztendlich können die einfach eine KYC-Pflicht für alle einführen. Vorher kannst du nicht handeln, beziehungsweise darfst du nicht mehr handeln. Und schon sind die dann auch wieder mehr Mika-konform. Müssen natürlich noch ein paar Kleinigkeiten machen. Aber unterm Strich, so wie es auch beim Thema Zertifikate und Prüfungen ist, letztendlich kommt ein Prüfer, der sagt, ja, ist nicht so. Dann richtet man das Ganze nach, beziehungsweise korrigiert man das Ganze, lässt das Ganze wieder prüfen und dann hat man eine Zertifizierung zum Beispiel. So wie es ja immer bei diesen ISO-Coins heißt. Unterm Strich, wenn andere Kryptowährungen diese ISO-Zertifizierung haben wollen, dann holen die sich die einfach, indem sie dann einfach gewisse Sachen umstellen. Und so ist es bei den Kryptobörsen auch. Also deswegen keine Panik. Jetzt schauen wir mal, was das Ganze hier bedeutet. Und zwar, am Freitag stimmte das EU-Parlament für die Bargeld-Obergrenze und strenge Auflagen bei der Anti-Money-Laundry. Und die Kryptomedien machten daraus ein Self-Hosted-Wallet-Verbot. Das geht nicht mehr, das ist nicht mehr. Das stimmt so nicht. Die Bargeld-Obergrenze liegt bald bei 10.000 Euro und für anonyme Bargeldzahlungen bei 3.000 Euro. Börsen und Booker müssen KYC bei ihren Kunden durchführen, allein schon um Mika-konform zu sein. Wenn hier nicht ein KYC vorliegt, kann dieser Nutzer auch keine Transaktionen auf eigene Self-Hosted-Wallet durchführen. Das heißt also, wenn du kein KYC auf der Börse hast, kannst du zukünftig nicht mehr Kryptowährungen auf deine Hardware-Wallet schicken. Wenn du aber KYC hast und die wissen, ah, der hat das da und dahin geschickt, dann kannst du natürlich alles auf deine Hardware-Wallet schicken oder auf deine MetaMask-Wallet oder wo auch immer hin, wo du dann zum Beispiel auf Dexes wieder traden kannst. Und dann, wenn du es zurücküberweist, musst du halt nur nachprüfen oder nachweisen, wie das Geld entstanden ist oder diese Token. Wenn du dann sagen kannst, pass auf, habe ich hier auf einer Dex geswappt und so weiter, vollkommen in Ordnung. Und dann ist das Ganze auch in Ordnung. Aber, wie gesagt, viele haben erst gesagt, ah, wenn du da eine Börse hast und dann müsstest du das rüberüberweisen, dann geht das nicht mehr. Also hast du ein Hardware-Wallet-Verbot, die können wir nicht mehr nutzen. Nein, absoluter Blödsinn. Aber oft war es auch so, dass diese Überschriften getriggert haben, die Leute haben die Überschrift gelesen und haben direkt gesagt, ach, das war's. Ich verkaufe mein Ledger. Den verbrenne ich. Auf Wiedersehen. Nein, so ist es nicht. Börsen und Broker dürfen zukünftig keine Möglichkeiten bereitstellen, um Privacy-Coins zu kaufen und transferieren. Das ist eine Nachricht, die jetzt erstmal für Aufsehen erregt und dann vielleicht auch ein bisschen, ja, was heißt das jetzt? Weil, wir haben es ja gesehen, Binon zum Beispiel und auch andere, die haben ja die ganzen Privacy-Tokens, wo man dann private Transaktionen macht, die man nicht so einfach nachvollziehen kann. Die haben die ja ganz schnell delistet, um hier konform zu sein mit diesen ganzen Regelungen. Und das wird auch in Zukunft so sein, denn sobald du private Transaktionen machen kannst und die nicht nachvollziehen kannst, also letztendlich, die Blockchain ist zwar öffentlich, aber es gibt immer noch Protokolle, wie zum Beispiel Tornado Cash, ein Mixer, wo du deine Transaktionen oder deine Kryptowährung rein tust und am Ende kriegst du die gleichen Kryptowährungen raus, Minus Gebühren, aber die Transaktionen dahin sind verwässert. Also das heißt, du kannst nicht mehr nachvollziehen, wo kommen diese Coins her. Das Thema natürlich Darknet und so weiter ist natürlich noch olle. Wenn du dann im Darknet was damit kaufst und der Verkäufer dann deine Kryptowährung erhält, der schickt die durch so einen Mixer und dann kann er damit machen, was er will, weil dann sind sie gewaschen. Und genau das möchte man in Zukunft nicht haben. Deswegen sind Privacy Coins, also wo private Transaktionen, die man nicht so leicht und öffentlich auf der Blockchain nachvollziehen kann, verboten. Privacy Coins werden dann demnächst nicht mehr auf Börsen und Booker sein, um hier Mika und AMLR konform zu sein. Deswegen werden die nicht mehr da sein. Für die natürlich ein größeres Problem, keine Frage. Wenn du jetzt Kryptowährungen hast, die vielleicht diese Option haben, dann ist es vielleicht auch erstmal problematisch, aber unterm Strich, dann sperrt man diese Option und sagt, pass auf, machen wir doch nicht mehr. Wir wollen hier konform mit diesen Richtlinien sein. Also erstmal große Panik. Oh Gott, hier, ich habe eine Kryptowährung, die bietet das an oder möchte das möglich machen. Dann müssen die das am Ende streichen, um hier konform zu sein. Also die Option, hier etwas zu ändern im Protokoll, besteht ja jederzeit. Und übrigens, Mika verbietet bereits das Listen von Kryptoassets mit integrierter Anonymisierungsfunktion. Das heißt also, wenn diese Funktion bereits in dieser Kryptowährung drin ist, dass das funktioniert, dann verbietet sogar Mika schon das Listen auf Börsen von solchen Kryptowährungen. Also dann die Option einfach ausschalten und sagen, pass auf, hier haben wir nicht mehr, können wir jetzt gelistet werden. Also da, ja, erstmal Panik natürlich und vielleicht auch, hm, nicht so gut, aber ist natürlich dann vielleicht wieder interessant für andere Leute, die sagen, hm, wenn es verboten ist, ist es interessant. Denkt an das Thema Rauchen. Mama sagt, wir dürfen nicht rauchen und viele machen es dann doch. Also verbotene Sachen sind dann doch wieder interessant und am Ende können sie immer noch auf Dexes getradet werden. In Bezug auf Übertragung zwischen Börsen und Booker zu Self-Custody Wallets erfordert das AMLR risikominimierte Maßnahmen, einschließlich beispielsweise der Verwendung um Blockchain-Analyse oder der Erhebung zusätzlicher Daten über den Ursprung, das Ziel dieser Kryptowährung beziehungsweise Vermögenswerte. So wie ich gerade sagte, wenn man dann jetzt hier Transaktionen zwischen Börse und Self-Hosted Wallets, egal ob es eine Metamask ist oder ein Hardware Wallet, dann muss man hier dann in Zukunft, wenn es Beträge sind, die vielleicht auch höch sind, also höher wie 1.000 Euro, dann müssen hier diese nachgewiesen werden. In Zukunft kann es sogar sein, dass auch Beträge, die unter 1.000 Euro sind, nachgewiesen werden müssen, weil einfach die Börse es standardmäßig eingeführt hat, weil sie sagen, pass auf, bevor wir jetzt hier so eine Grenze machen und dann gibt es Leute, die machen jede Woche mal 1.000 Euro oder unter 1.000 Euro, um hier nicht aufzufallen. Machen wir einfach alles, um einfach sicher zu gehen, alles was reinkommt, prüfen wir kurz auf der Blockchain. Wenn wir es nicht nachvollziehen können, dann schreiben wir die Person an oder sperren sie und die Person muss sich selber melden. Könnte alles aufwendig werden. Deswegen vielleicht am Ende des Tages einfach auf Börsen kaufen und dort auch wieder herkaufen, wenn Gewinne da sind. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit. Dies steht im Einklang mit der Transfer-of-Funds-Regulierung, der FATF-Reiseregelung, die von Casp verlangt, also Casp sind Börsen und Booker, zumindest Daten für Transfers zu und von Self-Custody Wallets zu sammeln, zum Beispiel Name des Absenders beziehungsweise des Begünstigsten. Also das heißt, hier werden Daten gesammelt und das wird in Zukunft standardmäßig. Also ja, könnte alles aufwendig sein. Deswegen sprachen viele von einem Wallet-Verbot, weil natürlich der nächste Schritt sein könnte, dass die Börse sagt, weißt du was, das ist uns viel zu aufwendig. Wir machen es einfach so, wir ermöglichen es dir gar nicht mehr, an Self-Hosted Wallets, egal ob Meta-Mask oder ob Hardware-Wallet, hier hin zu senden, weil uns der Aufwand viel zu groß ist. Das heißt also, die Leute haben daraus ein Self-Custody beziehungsweise Hardware-Wallet-Verbot gemacht. Ja, man kann es vielleicht so auslegen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ganze hier vielleicht am Anfang Schwierigkeiten hat, aber wenn da mal eine gewisse Alltäglichkeit drin ist, dann kann das Ganze doch wieder entspannter werden. Also, das Ganze wird spannend, wie die Umsetzung ist, aber, ich habe es am Anfang gesagt, erst das Ganze tritt 2027 in Kraft. Bis dahin kann sich noch viel drehen, ändern, neue Parteien hinzukommen, die wieder neue Sachen haben, also warten wir mal ab, aber so ist der Stand der Dinge. Insofern auch nichts Neues. Frühere Versionen des vorgeschlagenen AMLR schlugen einen viel strengeren Ansatz vor, der eine KYC für den selbstverwahrenden Auftraggeber beziehungsweise begünstigen bedeutet, hätte. Aber auch dank der Bemühungen der Industrie wurde schließlich ein risikobasierter Ansatz mit verschiedenen Optionen vereinbart. Die Bargeld-Obergrenze wird auf 10.000 Euro beschränkt und die EU-Mitglieder können diesen Wert sogar weiter begrenzen. Also jeder kann selber machen, was er möchte. Vorher wollte das EU-Parlament den Wert einer Transaktion von Self-Hosted Wallets zu einem Händler sogar auf 1.000 Euro begrenzen. Das heißt also, wenn du in den Laden gehst und hast eine Self-Hosted Wallet, denk mir da an Tangem. Beste Beispiel, sie planen ja hier mit dieser Karte eine Bezahlfunktion in Zukunft. Ein Chip ist schon drin, das heißt also, ich kann bald, wenn das Ganze dann möglich ist, ich glaube, sie arbeiten mit Visa oder Mastercard, einen von beiden zusammen, dann kann ich hiermit einfach mit meinem Hardware Wallet demnächst einfach bezahlen. Das Ganze ist für 2025 geplant. Ich bin mal sehr gespannt, wie die ganze Umsetzung ist. Also hier, beste Beispiel, Tangem. Wenn du übrigens Tangem im Hardware Wallet kaufen willst und das Ganze in drei bis fünf Minuten einrichten möchtest, mehr brauchst du wirklich nicht, schau hier in dem Video und denke auch an den Link im angepinnten Kommentar, denn mit dem Code Kryptoeule oder dem Link im angepinnten Kommentar sparst du nochmal 10% Rabatt bei dem einfachen Hardware Wallet Tangem. Und da wäre dann die Transaktionsgrenze bei 1000 Euro und alles was drüber ist, verboten. Geht gar nicht. Ja, also das ganze Thema ist zum Glück vom Tisch. Jetzt heißt es halt Peer-to-Peer, also du kannst mit diesem Hardware Wallet zu einem Händler das überweisen, was du möchtest. Das ist ja das Schöne. Das ist kein Börse, das ist kein Booker, sondern ein Händler. Im Prinzip ist es eine Peer-to-Peer-Transaktion. Wenn der Händler das akzeptiert, ganz einfach mit Kryptowährungen in Zukunft bezahlen, aber oft ist es ja eh so, dass das Ganze umgewandelt wird durch Visa und Mastercard, so dass der Händler dann Euro oder Dollar, das was er haben möchte, erhält. Also einfach die Umwandlung dann über die Zahlungsanbieter. Man darf zukünftig beim Kauf mit Kryptowährungen bei einem Händler eine Self-Hosted Wallet benutzen, aber die Obergrenze von 10.000 Euro ist halt hier auch der Fall. Indem du dann einfach sagst, pass auf, hier ist mein Ausweis, das bin ich, das ist mein Hardware-Wallet, hier kannst du wegen mir auch kopieren, den Ausweis ist mir egal, ich möchte hier mit diesem Hardware-Wallet bezahlen in Bitcoin und so weiter. Dann kostet das Ganze 9.800 Euro, kein Problem. Kostet das Ganze 10.200 Euro, geht nicht mehr, weil das zählt am Ende des Tages als Bargeld, weil es ist ja deine eigene Wallet, das ist so wie dein Portemonnaie. Aber das Verrückte ist, von einem Bankkonto kannst du dann wieder mehr bezahlen, weil das ist dein Bankkonto und Bankkonto ist hier nicht Bargeld. Verrückt, weil letztendlich Wallet, Portemonnaie, okay, unterm Strich ist zwar unser Bankkonto kein Bargeld, ja, gehe ich ein, aber wenn wir eh bald den digitalen Euro haben, dann zahlen wir eh alles digital, also Bargeld-Obergrenze, wenn wir irgendwann eh den digitalen Euro haben, hört sich erstmal schlimm an, aber wir werden in diese Richtung gedrückt und ich glaube, das merkt man auch immer mehr mit diesen ganzen Gesetzen, die Richtung ist ganz klar, digitaler Euro kommt und es wird dann auch kein Bargeld mehr geben. Es ist, ja, viele Leute sagen, nee, nee, Bargeld wird es immer geben. Ja, Bargeld wird es vielleicht immer geben, aber immer weniger Summen und hier ist das beste Beispiel, es ist ein schleichender Prozess und das Bargeld wird auf Dauer abgeschafft. Wenn man aber einen Kauf mit einer Transaktion von einer Börse oder Booker tätigt, dann muss diese eine Kunden-Due-Diligence-Prüfung durchführen. Das heißt, Identität prüfen, potenzielles zusätzliches KYC, Anti-Money-Laundry-Gesetze und so weiter, ganz viele Prüfungen durchmachen, wenn die Transaktion mehr als 1000 Euro beträgt. Hier, das ist das Gesetz, da kann man das nachlesen. Uh, also das wird auch wieder dann schwierig, also nicht wie beim Bank-Account, wo du dann einfach so viel Transaktion machen kannst, wie du willst, weil das kann man ja auf der Bank nachvollziehen. Bei einer Börse, haben wir wieder das Problem mit 1000 Euro Obergrenze, denn da muss dann wieder krasse Prüfungen gemacht werden. Am einfachsten ist es dann natürlich, wenn du sagst, beispielsweise Bitpanda, die einfachste Kryptobörse der Welt, also wenn du noch keine Kryptobörse hast und noch gar keine Ahnung vom Krypto kaufen, dann schau doch mal hier oben ins Video, Bitpanda wirklich die simpelste Anfängerbörse und Mika-Konform in der EU ansässig, meiner Meinung nach die größte EU-Börse, die es so gibt und auch die bekannteste, ist mittlerweile Sponsor vom FC Bayern München. Wenn du dann auf dieser Börse zum Beispiel Bitpanda gekauft hast, dann ist es natürlich einfach, weil die sehen, ach, pass auf, der hat bei uns Geld eingezahlt, der hat dafür Kryptowährungen gekauft und damit mit diesen Kryptowährungen kauft er jetzt irgendwas anderes oder schickt die da und da hin. Alles klar, kommen wir von uns, was müssen wir da weiter groß prüfen. Und wenn du dich hier anmeldest, musst du ja eh sagen, hallo, pass auf, du möchtest ja in Krypto investieren, woher kommt denn dein Geld? Aus Ersparnissen, aus Einkünften, aus Dividenden, woher kommt das ganze Geld? Und dann haben die ja all deine Daten. zum Beispiel in einem Hardware Wallet eingezahlt hast, dann werden die sagen, ja, pass auf, wo kommt denn das Geld her? Wenn du dann dieses Geld wieder irgendwo anders hinschicken willst, dann kann es sein, pass auf, wir müssen deinen ganzen Vorgang nochmal prüfen, bevor wir dir die Transaktion freigeben. Das kann ein großer Aufwand werden. Ganz wichtig zu erwähnen, die Anti-Money-Laundry-Richtlinien sind kein Verbot von Zahlungen in Eigenverwahrung. Das heißt also, wenn du eine Self-Hosted Wallet, sprich Hardware Wallet hast, dann kannst du damit auch weiterhin bezahlen. Du musst dich nur an diese Obergrenzen halten. Selbstverwahrte Geldbörsen sind nicht verboten. Per se nicht. Und Peer-to-Peer-Übertragungen sind nicht verboten. Das heißt, ich kann euch jederzeit Kryptowährungen schicken, egal ob als Gewinnspiel oder wenn ich was kaufen will von euch. Das geht alles weiterhin. Wenn man sich ansieht, was das EU-Parlament in seinem ersten Bericht vor Monaten vorgeschlagen hat, ich habe auch darüber in den Livestreams berichtet, falls ihr euch erinnert, ist diese endgültige Version tatsächlich ein sehr gutes Ergebnis für die Kryptobranche. Das EU-Parlament hatte nämlich ursprünglich vorgeschlagen, Beschränkung von selbstverwahrten Händlerzahlungen auf 1000 Euro. Also wirklich, die Beschränkung, mehr geht gar nicht, dürfen die gar nicht annehmen. Nun zufügen, also neue Gesetze für DAOs, DeFi und potenzielle Entwickler zum Geltungsbereich des AMLR, also Anti-Money-Londery-Richtlinien. Da hätte dann Entwickler, also wirklich vielleicht Blockchain-Projekte und so weiter, die hätten hier noch hinzugefügt, wären dann auch noch begrenzt worden. Wahnsinn. Und auch das Thema NFT-Plattform zur Anwendungsbereich von der Anti-Money-Londery-Richtlinien. Also das wäre echt heftig gewesen, wenn man das alles noch hinzugefügt hätte und da noch Gesetze und Barrikaden und Grenzen und, buh, das wäre doch erstens total unübersichtlich und auch für das ganze Thema von NFTs und DeFi ein kompletter Einbruch, wenn auf einmal alle in der EU sagen, nee, pass auf, bevor ich mich hier mit den ganzen Gesetzen rumschlagen muss, mache ich es gar nicht erst. Also wäre für die Branche natürlich auch fies gewesen. Dank der Aufklärung und Lobbyarbeit vieler Branchengruppen und Vertreter konnte all dies glücklicherweise verhindert werden. Die Auswirkungen des AMLR auf Krypto in der EU werden daher äußerst begrenzt sein. Also die Begrenzung haben wir jetzt hier gesehen und es wird drei Jahre nach seiner Veröffentlichung erst in Kraft treten. Also circa Sommer 2027. Das heißt also, es ist noch viel Zeit und wie ich schon im Video gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass hier noch ein bisschen was gedreht wird, dass hier vielleicht noch Zusätze kommen, die das vielleicht noch ein bisschen lockern oder wenn das Ganze dann in Kraft tritt und die sehen dann erstmal, was das für ein Riesenaufwand ist, was da einfach für Zahlen, für Prüfungen reinkommen, weil die kriegen ja den ganzen Stapel vorgelegt, wo wir das vielleicht noch ausgedruckt haben, haben dann da so einen Berg an der Akten liegen und müssen das alles prüfen und am Ende sagen sie, können wir das nicht ein bisschen lockern, weil das ist schon eine Menge, also wir müssen hier in den Wasserkopf, so wie man ja sagt, müssen wir noch größer machen, nur um das zu prüfen, was ihr vor drei Jahren abgestimmt habt und das macht uns einfach fertig, deswegen können wir da vielleicht was lockern, deswegen, wenn das Ganze kommt, kann sich da immer noch etwas wieder rückwirkend ändern beziehungsweise den ganzen Prozess etwas vereinfachen und denkt dran, zwischendrin sind noch Wahlen, also kann man auch noch ein bisschen was rütteln, die Vereinbarung, die ist jetzt abgestimmt, die geht durch, aber wie gesagt, zusätzlich kann man hier noch natürlich weitere Punkte hinzufügen oder eventuell Punkte lockern, weil einfach der Aufwand dann groß wird, aber wie gesagt, so wie das jetzt hier ist, kommt das erstmal auf uns zu, im Sommer, oder circa im Sommer 2027, jetzt bleibt natürlich spannend, was macht Deutschland damit, also für uns, als deutsche Staatsbürger, für mich als deutscher Staatsbürger, ihr schaut vielleicht auch aus Österreich oder Schweiz hier zu, dann ist es so, für mich als Deutscher, was macht Deutschland jetzt, was machen die hier in diesem Land, was machen die mit der Bargeld-Obergrenze, sagen die vielleicht wirklich, pass auf, das ist in Frankreich und Spanien, das gefällt uns, 1000 Euro, wir wollen eh weg vom Bargeld, ja, dann machen wir 1000 Euro, oder wie unsere zwei Nachbarländer, Belgien und Niederlande, die haben 3000 Euro, passt sich Deutschland hier an oder sagen, pass auf, 10.000 Euro ist in Ordnung, reicht uns, ich habe es zum Beispiel schon erlebt, das habe ich auch schon im Podcast erlebt, ich bin zu einem Autohaus gegangen und hatte 7.000 Euro Bar in der Tasche, muss keiner wissen, aber war so in dem Moment, und die haben gesagt, nee, nee, wollen wir gar nicht, nee, 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 wir wollen hier gar kein Bargeld haben, bitte alles per Überweisung, wir geben ihnen da Zettel mit und wo sie es überweisen können, mit QR-Code, können sie ein paar Bank-App scannen, alles gut, aber kein Bargeld. Also es kann natürlich auch dazu führen, dass Händler sowieso schon, und ich denke mal, das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt, sowieso schon sagen, wir wollen gar kein Bargeld und gar nicht erst so viel, das ist viel zu viel, was wir dann hier haben, wollen wir gar nicht, weil natürlich auch das Thema Bargeld-Einzahlung für Händler ein großes Thema ist, ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt, da ist das Thema nämlich so, wenn du nämlich als Händler Bargeld auf dein eigenes Konto einzahlen möchtest und je nachdem, wie hoch die Summe ist, zum Beispiel Rewe, Aldi, Lidl und so weiter, die Einzelhändler, die haben auch die Probleme, die müssen Gebühren auf ihr eigenes Bargeld zahlen, wenn sie auf ihr eigenes Konto einzahlen wollen. Deswegen haben sie eine super Option gefunden und zwar, pass auf, wenn du doch jetzt eine Bankkarte hier bei uns ans Terminal hältst und damit eh deinen Einkauf bezahlt, möchtest du nicht bis zu 200 Euro Bargeld haben, wir haben das Bargeld los, müssen darauf keine Gebühren zahlen, ziehen es dir vom Konto ab und haben es bei uns auf dem Konto. Super Funktion. Die Leute haben nämlich gesagt, das Ganze hat nämlich was damit zu tun, dass sie hier mit Banken zusammenarbeiten. Ja, im weitesten Sinne schon, aber die Hauptursache dafür ist die Gebühren für die Bargeldeinzahlung. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, wenn ich privat was auf mein Konto einzahle. Ja, der Bank ist es egal, wenn du deine 100 oder 500 Euro aufs Konto einzahlst, aber wenn auf einmal ein Großhändler da steht oder ein Aldi, Lidl, Rewe, was weiß ich, die dann auf einmal da stehen und sagen, hallo, ich möchte gerne 50.000 Euro auf mein Konto einzahlen oder noch mehr und das sogar zweimal die Woche eventuell, ja, dann sagen die, pass auf, das ist für uns Aufwand, wir müssen das prüfen, wir müssen das zählen, deswegen, wir hätten gerne eine kleine Gebühr. Ja, und kleine Gebühr, ich habe mir sagen lassen, dass diese Gebühr bis zu 7 Prozent, je nach Bank, von 1 oder 0,5, war das Humanste, was ich bis jetzt gehört habe, bis zu 7 Prozent, weil die dann sagen, pass auf, wir haben eh kaum noch Mitarbeiter, die haben wir alle abgeschafft, weil es wird ja alles digitaler und jetzt kommt ihr, macht uns einen Arbeitsaufwand, wir haben eh schon kaum Kapazitäten, dann brauchen wir dafür eine fette Gebühr, um das überhaupt umsetzen zu können. Ja, und deswegen gibt es diese Option, dass ihr bis zu 200 Euro von eurem normalen Konto beim Einkaufen mitnehmen könnt, weil dann hat es der Einkaufsladen direkt digital und muss keine Einzahlungsgebühr bezahlen. Wieder was gelernt. So, jetzt ist das Thema da, ich habe das Ganze ausführlich beschrieben, den Tweet dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr nochmal alles nachlesen. Jetzt natürlich eure Meinung dazu, was sagt die dazu? Habt ihr auch am Anfang gedacht, boah, jetzt kann ich keine Self-Hosted Wallet mehr benutzen, beziehungsweise auch mit Metamask keine Dexis mehr, weil wenn ich ja nichts auf die Metamask einzahlen kann, wird es natürlich problematisch, wobei Metamask mittlerweile ja auch durch Paypal die Funktion hat, hier direkt auf die Metamask Wallet einzuzahlen. Clever. Da die Frage natürlich an euch, was habt ihr dazu gedacht? Oder allgemein Meinungen von euch dazu, auch zum Thema Bargeldabschaffung. Ich sage ganz klar, das kommt sowieso, wir können gar nichts dran rütteln. Für mich ist es ganz klar, meine Kinder werden Bargeld wahrscheinlich gar nicht mehr kennen in Zukunft und deswegen ganz klar hier, es geht hin zum digitalen Euro, auch wenn es nicht von heute auf morgen kommt, aber es ist ein schleichender Prozess, der immer weiter auf uns zukommt und mit den nächsten Jahren werden wir da ganz klar sehen, dass das Bargeld auf Dauer verschwindet oder gar nicht mehr gewollt ist. Selbst wenn es noch erlaubt ist, bis zu gewissen Grenzen, sagen vielleicht die Händler, pass auf, wir wollen es gar nicht, weil der Aufwand viel zu groß ist. Wir haben es ja gerade gehört, Bargeldeinzahlungen für Händler sind eh schon teuer. Also, gerne eure Meinung in die Kommentare, denkt an die Kryptoeule Telegram-Gruppe, da konntet ihr diesen Text schon gestern Abend lesen, als ich ihn geschrieben habe. Ich habe ihn direkt da reingestellt, damit die Leute schon sich das durchlesen konnten, weil viel Verwirrung zu diesem Thema war. Also sage ich, vielen Dank fürs Zusehen, denkt an die Telegram-Gruppe und bis zum nächsten Video. Chorikai. Tschüss. Chorikai. Chorikai. Chorikai.